ich habe zufällig gefunden schau es euch einfach bis zum ende an vielleicht reicht sogar mein speicher nicht deswegen kann ich euch in einen anderen video meine ich das schaue mich an wie dieses mal ist mit dem kätzchen aber nicht mit vollen sondern mit kaputten lätzchen ich bleibe hier sitzen der dümmste weit und breit innen statt in einen Nackel bei sich in Papaya rein ei 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 bin ein leppich bin nicht smart andere denken mit Gedanken und ich denk mit meinem Arsch meine Eltern schau mich an und ich hab mit diose unter dem Schrauben das sind sogar seine Eltern ich hab eine Sex eh wie soll ich es jetzt denn meine Eltern erklären wieder eine Sex eh 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 die gestoffen mich bis in die Nacht ich hab eine Sex eh wie soll ich es jetzt denn meine Eltern erklären wieder eine Sex eh alle sind sogar Jungen so auch die Mutter ist ein Mann hat sich nur so angeschaut ich werde ausgepeitscht und meine Mutter sagt du bist kein Astronaut will ich gar nicht werden ich werd YouTube Star schreich laut hätte ich das mal lieber nicht gesagt hätte meine Mutter vielleicht die Playstation nicht zerhakt ich mag's nicht grob und hart mein Vater liebt den Scheiß ich weiß die nächsten Tage wird's beim Sitzen nicht ganz leicht hmmm sehr frisch ich hab eine Sex eh und außerdem eine weiche Birne bin so schlau wie ein Bär also hab ich leider Mathe verkannt und nicht nur Mathe sondern fast jedes Fach ich hab eine Sex eh bleee wie soll ich es jetzt denn meine Eltern erklären wieder eine Sex eh 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 die beschaffen mich bis in die Nacht ich hab eine Sex eh bleee wie soll ich es jetzt denn meine Eltern erklären wieder eine Sex eh 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 die beschaffen mich bis in die Nacht bum 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 ich hab eine Sex eh ich hab eine Sex eh ich hab eine Sex eh immer mehr okay also er heißt Moment im juste und 儿 er ist orange schaut eine blöde orange da hat er das 77 likes toni jetzt 78 kommentare sind fortgehend zu video aus kann ich euch sagen